Yo, yo, yo. Am Montag weckt mich meine Mutter. Zum Frühstück gibt es Brot mit Butter. Am Dienstag finde ich mit der Schwester in einer Hecke Amselnester. Am Mittwoch kauft sich Tante Lise ein Kleid so grün wie eine Wiese. Am Donnerstag streichelt Großvater den ganzen Tag lang seinen Kater. Zehn, zehn Kaninchen hat Großmutter. Am Freitag gebe ich ihnen Futter. Am Samstag muss ich zu dem Fluss, weil ich schwimmen lernen muss. Und am Sonntag schlafe ich lange aus, weil Montag muss ich ja früh raus. Das war das Wochentagsgedicht von Moritz Bayer. Das lernt man gerade im Home Teaching Erste Klasse Grundschule. Ich kann es auswendig. Meine große Tochter noch nicht.